Da möchte ich immer sagen, eines der Gründe, ja wenn wir es eigentlich immer mehr in der Reihe oder auch von Enerkanzpottes schifft realisieren, nehmen wir mal so ein Stimmungsmacher und sagen wir mal, der kann 20.000 Euro laden auch nicht. Wenn so ein Schiff nach Hamburg kommt und das soll dann hier vollständig leben, beziehungsweise dann entladen werden, die maximale Liedezeit, die beträgt man doch 10 bis 12 Tage. Sind wir nun ein Vollkontäner-Schiff in der Selbstgrösenordnung, soll das Schiff dann in der Lage, den Hafen hier bereits nach 12 bis 24 Stunden ent- oder fischladen und verlassen. Wir stellen dann fest eine unkaufliche Zeit einbrauch und hoffen, dass wir dann in der Lage, den Hafen hier bereits nach 12 bis 24 Stunden ent- oder fischladen und verlassen.